Minus 3, hä? Digga, Brawl Stars ist gequasht! Digga, ich hab Minus gemacht und Brawl Stars, mein Spiel ist zusammengebrochen. Digga, ist einfach mein Spiel kaputt gegangen. Der Boxer feiert seinen dritten Geburtstag. Ab dem 1.6. gibt es das sommerliche Geburtstagsshirt. Zusätzlich schenkt euch der Boxer zwei Wochen lang krasse Rabatte auf www.scheißboxer.shop Nur solange der Vorrat reicht. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal. Oh mein Gott, meine Freunde, heute wird es richtig krass, denn wir werden heute über 30.000 Pokale erreichen, Leute. Und ihr glaubt niemals, was für eine krasse Megabox wir kriegen werden und was dann passieren wird. So, let's go, der Böckler! Ich lasse ihn gewinnen, weil ich liebe den Böckler über alles. Deswegen, ich lasse ihn gewinnen, ich gehe in die Zone. Nein, oh mein Gott, er will nicht, dass ich in die Zone gehe. Oh, er hat mich gekillt. Egal, wir lassen ihn gewinnen. GG. So, let's go, Leute. Wir schauen mal, wie viele Pokale noch fehlen zu den 30k. Okay. Oh mein Gott, nicht mehr viele, Leute. Nicht mehr viele fehlen. Lasst jetzt alle mal einen Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Let's go. Ey, Wetzka, hör auf damit. Nein, ich bin tot. So, wir teamen jetzt mit denen hier. Hoffentlich killen die mich nicht. Noch sechs Siege. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Bass mich backstabt. Ach so, ich team ja mit denen. Let's go, Leute. GG, wieder Plus. Ja, man. Wir haben gewonnen. GG. Let's go. 30 Pokale noch, Leute. Die letzten 30 Pokale. Hä? Digga, nein. Da habe ich gekillt, die Shelly. Minus sechs. Wir spielen jetzt die Krähe. Oh mein Gott, in alles oder Ohrhaar in die Krähe. Das ist ja komplett lost. Ja, moin. Richtig blomm dumm von mir. So dumm. Nein. Ich spiele die Krähe nicht mehr, ey. Ihr habt mich verarscht, habt ihr mich, ey. Ich spiele jetzt Yucky. Leute, ich muss die mal eben upgraden. Was kriege ich die von mir? Oh, die kriegt Schild. Da habe ich eh noch genug von. Ha. Oh Mann, ey. Eine Yucky mit noch mehr Schild. Digga, das wird so ein Tank. Digga, sie ist sowas von OP jetzt. Sieben Cubes. Junge, Leute, wir haben es fast geschafft. 30k, Mann. Erst mal weggeknallt hier. GG, Digga. Einfach mal weggeholt. Die konnten nichts machen. Oh mein Gott, hier haben wieder alle Cubes. Leute, wir sind kurz davor, 30k zu knacken. Und zack. Weg ist sie. Juhu. Weg ist die Biene. Nein, ich bin tot. Egal, ich habe verloren. Egal, macht nichts. Wir haben Plus gemacht. Let's go. Digga. Was? Wie hat sie mich gekillt? Hä? Bruder, wie? Ich bin Jackie. Voll der arme Surge, Digga. Das Dude ist ja fast tot. Hat gar nichts bekommen. Und jetzt hole ich ihn noch weg. Ha! Ha! Voll der Arme! Der macht mir die Cubes fertig und stirbt dann. Zack! Easy gewonnen. Sehr smart. Wichtig und richtig, Leute. Zwei Games müssen wir noch gewinnen, Leute. Shit, ich bin fast tot. Ash, bitte nicht. Gönnt euch gerne den Merchandise. Am 1.6. haben wir richtig krassen Sale. Ja, da feiert er Boxer seinen dritten Geburtstag. Haben wir uns gerade. Hau was raus. Beachboxer T-Shirt ist auch noch an am Start, Leute. Ist sehr, sehr nice. Bitte nicht. Er wird mich killen. Ah, unlucky. So, weg mit denen. Weg mit die Viechers. Junge, ich habe neun Cubes. Was wollt ihr eigentlich machen? Ich bin Jackie. Jackie, die Puppe. Zack! Pam! Jetzt erster werden. GG locker auf ganz knackig. Ja, Mann! Jetzt noch einmal gewinnen, Leute. Ein Sieg noch. Ein einziger. Dann haben wir 30K erreicht. Let's go, Digga! Let's go, der Hase! Wir machen ihn mit dem Boxer. Sollen wir den Helium Boxer nehmen? Welchen Skin sollen wir nehmen? Okay, wir nehmen den hier. Ihr habt ausgewählt. Let's go. Das ist er. Der wird jetzt den ersten Platz machen, Leute. Passt auf. Let's go. Komm, Boxer. Wir müssen das jetzt schaffen. Wir brauchen den ersten. Erster Platz für den Boxer. Let's go. 30K mit dem Boxer. Platz 1 müssen wir werden. Junge, was ist das für ein Game? Ach, wir sind noch über 700. Fällt mir gerade ein. Shit. Rein in die Zone. Hol sie weg. Acht Leute leben noch, Junge. Was? Oh mein Gott, Digga. Werde sterben. Ich bin tot. Nein. Digga, wir sind Fünfter geworden. Oh mein Gott. Plus 1. Komm, wir nehmen den Boxer noch einmal. Versuchen wir noch einmal mit dem Boxer. Leute, es ist der Boxer. Es ist der beste Baller im ganzen Spiel. Was für ein Start. Drei Cubes haben wir. Wir dürfen jetzt nur nicht sterben. Vier. Fünf. Oh mein Gott. Oh, das war ganz wichtig. Dass die geflogen ist. Weil wenn wir jetzt gewinnen, 30K. Kala haben wir dann. Nein. Wie kann sie mich besiegen mit fünf Cubes? Nein. Minus vier. Okay, wir müssen einen anderen Ball haben, Leute. Das geht nicht mit dem Helium Boxer. Wir nehmen wieder Jucky. Digga, er stunt mich. Komm, komm, komm. Ja. Wichtig. Und richtig. Let's go. Wegholen die Teamer. Bam. Nani weggeholt. Ey. Fiss dich. Hat gereicht. Shit, 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 shit. Ach, verdammt. Teamer ist gegen mich. Gut. Dritter ist auch gut. Okay, die Leute wollen alle, dass ich Edgar nehme. Gut, für das letzte Game nehme ich den Edgar. Oh mein Gott. Jetzt brauchen wir einen zweiten Platz. Dritter wäre, glaube ich, zu wenig. Oder Dritter gibt plus sechs. Ihr habt gesagt, ich soll Edgar nehmen. Wir nehmen jetzt Edgar. Oh mein Gott. Da ist er. Da ist er. Da ist er, der Majestät. Let's go. Leute. Abfahrt. Come on, wenn wir jetzt gewinnen. 30.000 Trophäen. Nein, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nein. Nein. Wir sind beide gestorben. Niemals. Plus zwei. Oh mein Gott. Fünf Pokale fehlen noch. Edgar versus Edgar. Fünf Pokale. Hä? Was macht der? Digga, der killt mich. Hey, wir haben noch ein... Ey, Bruder. Junge. Oh nein. Digga, eine Böcklerin. Ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg. Digga, nein. Nein. Oh mein Gott. Die holt mich schon wieder weg. Minus fünf. Nein, Junge. Ich nehme jetzt Edgar nicht mehr. Leute, welchen Baller soll ich jetzt spielen? Schreibt es mir gerne rein. Welchen Baller picken wir jetzt? Okay, ich versuche es mit Janett. Ey, wenn ich jetzt verliere wegen euch, ne? Bruder, ich versuche es jetzt mit Janett. Meinen höchsten Baller. Und Bibi ist so schnell. Let's go. Ich muss hier drinnen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nein! Ich wollte gerade fliegen. Oh nein, Sechster. Minus drei. Hä? Digga, Bralds, das ist gequasht. Digga, ich habe Minus gemacht und Bralds, das mein Spiel ist zusammengebrochen. Digga, ist einfach mein Spiel kaputt gegangen. Schaut, müsst ihr euch starten. Lol, habe ich jetzt Minus gekriegt? Doch, Sechster habe ich bekommen. Oh mein Gott. Digga, ich muss einen anderen Baller nehmen. Leute, ich will mir jetzt Jacky. Kurz mal, weggeholt. Let's go, Leute. Jetzt machen wir Plus. Hoffentlich. Jetzt Plus. Komm mal, wir müssen jetzt Plus 10 schaffen. Wäre die Böcklerin mal nicht hier reingegangen. Oh, let's go, Leute. Let's go. Erster, erster Platz. Ich glaube, wenn wir jetzt, müssen wir jetzt gewinnen. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir 30.000 Trophäen erreicht. 30.000 Trophäen, let's go. Let's go, let's go. Let's go, ich muss jetzt einfach nur, einfach nur gewinnen. Und mal ganz kurz, alle Cubes klauen. Ja, wichtig. Wichtig und richtig, 8 Cubes direkt am Start. Das ist ein Bombenstart, Leute. Oh, mein Gott. Wir haben so lange geschwitzt für die 30.000. Zack, Jacky auch noch wegholt. 9 Cubes. Komm, die Mutti wegholt. Und haben wir geschafft. GG. 10 Cubes. Wir haben es jetzt, glaube ich, geschafft. Ja, Mann. Zweiter. Und jetzt Showdown. Oh, mein Gott. Ja, Junge. Perfekt. Ziel erreicht. 3, 2, 1 und boom. Da sind sie. 30.000 Trophäen erreicht. Let's go. Oh, mein Gott. Wir haben es endlich geschafft. Wichtig, Leute. Oh, shit. Und jetzt die Megabots einfordern für 30.000. 30.000 Trophäen. Wir gucken, ob wir irgendwas powern können. Irgendwas noch auf 10 oder so kriegen. Nee, auf 9 vielleicht noch irgendwas. Geht irgendwas noch hoch? Oh, mein Gott, Leute. Let's go. Wir öffnen jetzt die Megabots für 30.000 Trophäen. Hoffentlich ziehen wir was richtig krasses, Leute. Das ist die Glücks-Megabots für 30.000 Trophäen. 3, 2, 1 und Supercell. Jetzt alle, Leute, schreibt es alle rein. Hashtag Supercell gönnen. Leute, Supercell muss jetzt richtig gönnen. 3, 2, 1. Let's go, Supercell. Gönnen wir jetzt was aus der Glücks-Megabots, Leute. Für 30.000 Pokale. 3, 2, 1. Und wir ziehen 6 verbleibende Gegenstände. Dafür habe ich jetzt 30.000 Gems, äh, 30.000 Pokale angespart. Oh, mein Gott, Leute. Ihr habt es gesehen. Wir haben es geschafft. 30.000 Pokale haben wir ja gereicht. Und einfach mal Brails. Das ist einfach kaputt gegangen, Leute. Ihr habt es gesehen. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren. Das ist euer Brails. Das ist auch schon mal kaputt gegangen, Leute. Und ist es nicht ein Riesenwitz, was ich aus dieser Megabots gezogen habe? Einfach gar nichts. Null, Leute. Einfach echt ein bisschen lächerlich. Ich finde, Supercell sollte bei solchen krassen Megabotsen, so was so einem Trophäenfahrt, so, wisst ihr, was so Trophäenfahrt angeht, sollten es einfach krasser machen. Weil ich finde, ey, da sollte man echt was Krasseres ziehen. Die sollten die Chance dabei erhöhen. Leute, ich würde sagen, ihr wisst, was es tun ist, lasst einen Fett noch oben da. Kostlos Abo. Checkt mein Zweitkanal auf UG Marf, Leute. Vergesst nicht, ab 1.6. Erscheint unser Merchandler, Leute. Der Boxer wird drei Haare. Ich würde sagen, das war's. Danke schön, Leute. Ciao, Kost. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.